Mit dem neuen Update gab es nicht nur ein Raumschiff, was ihr finden konntet, sondern es gibt auch geheime Aufgaben. Sammle Mad Kids und ihr kriegt einen Spray und dann müsst ihr noch mit verschiedenen NPCs sprechen, um ein Emote zu bekommen und ein Banner. Finde die mysteriöse Kapsel. Okay, wir wissen ja wo die ist, also folgt diesem Video und wir werden euch zeigen, wie ihr an die ganzen Sachen ankommt. Beim Battle Pass seht ihr das nochmal in etwas größer Banner Symbol, Plasma, Werfer, Fadenkreuz als Emote und das Spray von den Predator. Wir müssen jetzt hier bei dieser Kapsel landen. Ich habe ja immer gesagt Raumschiff. Genau, aber das ist eine Kapsel. So, jetzt zählt die Aufgabe. Hier landen. So. Sehr schön. Erfüllt. Und wir sammeln jetzt noch die drei Personen, mit denen wir reden wollen. Zum einen diesen Durrburger. Genau. Haben wir erledigt. Dann müsst ihr zur Genesung gehen. Also am besten macht ihr das bei Craigie, Cliff. Medical Detective. Ja, so in etwa. Und unser Liebling. Dummy. Dummy. Mein Liebling. Ja. Den muss ich auch mal wieder spielen. So. Haben wir auch erfüllt die Aufgabe. Die letzte Aufgabe ist ganz einfach. Drei Medikits sammeln. Das könnt ihr im Team machen und uns euch gegenseitig Medikits zum Beispiel zuwerfen. Ja, das heißt, wenn ihr die auch fallen lässt und sammelt, zählt das auch. Genau. Haben wir erledigt und das bekommen wir. Schick, schick. Spray. Also man erkennt eigentlich, in sechs Tagen wird dieses legendäre Outfit kommen. Vom Predator, denke ich mal. Ja. Mit Gucken, was das und alles. Bin ich mal mega gespannt. Lass mal hier nochmal. Ja, E-Mode. Und jetzt noch was ganz Schönes. Ist wieder zurückgekehrt und zwar die XP-Münze. Oha, wie das denn? Können wir wieder sammeln. Krass. Ja, und es gibt dazu noch eine Karriere-Auszeichnung. Kryptowährung. Auch sehr schön. Hier. Und zum Schluss natürlich noch die neuen Waffen, die eingeführt wurden. Steinstoßpistole. Was kann die? Zeig mal. Ich kann springen. Ach, wie dieser Fisch. Ja, oder wie die Steine. Genau. Die man essen kann. Cool. Und dann noch die andere Schrotflinte. Hebelschrotflinte. Ich weiß, ich feiere die gar nicht. Ich finde die ganz okay. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Ciao. 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 Oh.